Unser Möbelhaus in Wiesbaden bietet Ihnen eine große Auswahl an Einrichtungsobjekten. Neben Möbeln führen wir auch eine Vielzahl an Dekoartikeln wie Schmuck, Glaskunst und Leuchter. Bei uns erhalten Sie keine Massenprodukte, sondern ausschließlich Einzelstücke oder restaurierte Antiquitätenmöbel. Alle Möbelarbeiten erfolgen in unserer hauseigenen Werkstatt. Unsere Inhaberin Su Müller sowie das gesamte Team nehmen sich ausreichend Zeit für jeden einzelnen Kunden. Wir erweitern unser Sortiment regelmäßig, sodass sich ein häufiger Besuch in unserem Geschäft lohnt.